Work-Management-Tools gibt es wie Sand am Meer da draußen. Die meisten sind viel zu kompliziert und erschweren dir eher das Leben, als sie es dir vereinfachen. Für größere Projekte nutze ich das Tool eWork und heute will ich dir meine absoluten drei Lieblingsfeatures dieses Tools vorstellen, die du auch unbedingt kennen solltest, wenn Work-Management für dich ein Thema ist. Und damit hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Lass uns also gleich loslegen mit meinen drei Lieblingsfeatures. Und Lieblingsfeature Nummer 1 ist das Zeiterfassungstool. Ja, das haben schon einige andere Tools auch implementiert, keine Frage. Aber vielleicht geht es dir am Ende des Tages auch so, dass du wirklich hart und intensiv gearbeitet hast, zumindest das Gefühl hattest und am Ende des Tages fragst du dich trotzdem, wo ist denn meine Zeit geblieben? Und in eWork hast du ein wirklich intuitives Zeit-Management-Tools und vor allem, das gilt nicht nur für dich, sondern für dein gesamtes Team, wenn du im Team arbeitest, auch eine spannende Sache. Aber besonders spannend finde ich die Filterfunktionen, die eWork hat. Du kannst dort nämlich nach Zeitraum, nach Nutzer, nach Projekt, nach Aufgabentyp, nach Tag oder nach Abbrechenbarkeit oder nicht Abbrechenbarkeit filtern. Und du kannst dir hier wirklich sehr, sehr schöne Informationen herausholen. Erstens mal für dich selbst, aber auch für dein ganzes Team. Denn Zeiterfassung ist unheimlich wichtig. Wir alle kennen das Parkinson'sche Gesetz und falls du es nicht kennst, sage ich es dir kurz. Arbeit dehnt sich in jenem Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Je mehr Zeit du für ein Projekt hast, umso mehr Zeit wirst du auch brauchen. Zeiterfassung hilft dir, den Fokus auf das Wesentliche zu legen. Es ist eine Art Selbstbeobachtung. Du weißt genau, oje, oje, bei dieser kleinen Aufgabe habe ich viel zu viel Zeit verbraucht. So, jetzt muss ich mich wieder am Riemen reißen, jetzt muss ich den restlichen Tag effizienter gestalten und kannst so deine Produktivitätsmaschine immer wieder am Laufen erhalten. Und wenn du es im Team nutzt, dann ist es natürlich auch Fremdbeobachtung, weil alle können ganz genau sehen, wie viel Zeit du für deine Aufgaben brauchst. Und so eine Fremdbeobachtung, ja, die spornst schon ganz schön an. Also Lieblingsfeature Nummer 1 ist Zeiterfassung. Lieblingsfeature Nummer 2 sind Aufgabenpakete in eWork. Du kennst das sicherlich, du hast Aufgaben, die bei allen Projekten ähnlich oder gleich sind, die immer wieder erledigt gehören, die einfach immer und immer wieder aufpoppen. Und dafür genau sind diese Aufgabenpakete da. Da gibt es im eWork, und das finde ich besonders genial, Vorlagen, die du verwenden kannst. Aber es gibt natürlich auch Arbeitspakete oder Aufgabenpakete, die du dir selbst erstellen kannst. Ich habe zum Beispiel für meine YouTube-Videos Aufgabenpakete erstellt. Und die lade ich immer. Da gibt es dann die Vorbereitungsphase, dann gibt es die Durchführungsphase, die Post-Production, wie man es so schön nennt, dann hochladen und online stellen. Und last but not least gibt es da noch Marketing. Und die sind bei jedem YouTube-Video gleich. Das ändert sich nicht. Also verwende ich in eWork die Aufgabenpakete, um das für alle Videos zu machen. Und solche Aufgabenpakete hast du mit zwei Klicks hervorgerufen und schon läuft wieder alles wie am Schnürchen. Und vor allem kannst du die Aufgaben aus diesen Aufgabenpaketen dann schön auf mein Team verteilen, denn ab dem Punkt Post-Production habe ich nicht mehr viel mit diesem Video zu tun. Also Feature Nummer zwei, Aufgabenpakete extrem genial. Mein Lieblingsfeature Nummer drei sind Automatisierungen. Ja, du weißt, was ich nicht selbst erledigen muss, ist immer super. Und wie es so schön heißt, zuerst sollst du mal schauen, was kannst du eliminieren. Dann sollst du schauen, was kannst du automatisieren. Dann sollst du schauen, was kannst du delegieren. Und last but not least, was dann überbreibt, das sollst du noch selbst machen. Und eWork bietet sehr, sehr super Funktionen mit den Wenn-Dies-Dann-Das-Abhängigkeiten. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ich verwende es vor allem zur Kontrolle. Also wenn einer meiner Mitarbeiter eine Aufgabe erledigt hat, nicht bei allen, aber bei einigen poppen die wieder bei mir auf. Aber wir verwenden es natürlich auch, wenn ein Projekt beendet wurde. Ja, wenn ein Projekt beendet wurde, musst du das Projekt archivieren, ordnungsgemäß. Du musst die Abrechnung, wenn es mit einem Kundenprojekt war, machen und dergleichen mehr. Das sind auch immer die gleichen Schritte. Also Automatisierung, wenn Projekt beendet. Dazu musst du in eWork nichts anderes tun, als einen Auslöser wählen. Ja, da stehen dir bei eWork unheimlich viele zur Verfügung. Und wenn sich dann zum Beispiel der Aufgabenstatus von in Arbeit auf erledigt ändert, das ist jetzt nur ein Beispiel, dann kannst du eine Aktion hinzufügen. Ja, und auch Aktionen gibt es in eWork wie Sand am Meer. Ja, und da kannst du dann natürlich sagen, wenn sich eine Aufgabe in Arbeit auf erledigt geändert hat, dann will ich die nochmal zugewiesen bekommen, um sie kontrollieren zu können. Also das funktioniert alles einwandfrei. Das ist nur ein Beispiel von Hunderten, die es da in eWork gibt. Wenn dich eWork näher interessiert, ich habe dir unterhalb dieses Videos einen Link in die Beschreibung bebracht. Du kannst eWork nicht nur zwei Wochen kostenlos testen, sondern bekommst auch noch ein Spezialangebot für eWork. Und ganz nebenbei erwähnt, was für mich immer wichtig ist, Europa zu stärken, die europäischen Betriebe zu stärken. eWork hat den Hauptsitz in Hamburg, ist also ein deutsches Unternehmen, ist unheimlich wichtig. Und ich kann dir für dein Workmanagement eWork wirklich nur sehr ans Herz legen. Ganz besonders, wenn du im Team arbeitest. Ja, und solltest du noch gute Ideen brauchen oder sollten dir die Ideen fällen an Projekten, die du dann am Ende des Tages mit eWork umsetzen kannst, dann empfehle ich dir schlicht und einfach, das Video hier unterhalb zu sehen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen, mach's gut und genieße deinen Tag.